hallo und herzlich willkommen und heute da geht es um den mac mini und ich habe den jetzt mal eine woche lang getestet in sachen videoschnitt meine erfahrungen meine berichte und eine ganze menge mehr zum beispiel auch zugehör habe ich euch mal so ein bisschen rausgesucht für euer setup was so nützlich sein könnte alles das jetzt in diesem video und der mac mini der ist jetzt vom office rechner zum leistungsstarken video rechner montiert und natürlich braucht man dann auch noch ein bisschen zugehör gleichzeitig habe ich mir ein bisschen was geleistet und zwar ist das einmal hier diese bluetooth tastatur die ist nicht original von apple aber schön hintergrund beleuchtet und auch nicht so teuer wie bei apple um die 50 euro kostet diese wunderbare bluetooth tastatur ist in meinen show beschreibung verlinkt gleichzeitig gibt es natürlich auch noch ein zugehör was ich total schön fand und was muss ich mir verkaufen und zwar ist das dieses gerät das legst du direkt unter deinen mac mini und man sieht schon da sind richtig schön lüftungsschlitze mit eingearbeitet am hinteren teil ist dann ein usbc anschluss den steckst du einfach nur in dein mac mini hinten rein und stellst ihn dann auf dieses wunderbare teil und was hat man davon natürlich gleichzeitig vorne alles erreichbar und wunderbar zu handeln das ist dann natürlich da eine sd karten anschluss ein micro sd karten anschluss dann ist natürlich noch ein kopfhörer anschluss dran und drei usb anschlüsse sowie ein usbc anschluss und das schöne ist du musst nicht mehr an einem setup sozusagen hinten ran und irgendwie ein stecker oder irgendwas einstecken du hast alles total übersichtlich vorne in einer leiste und das sieht richtig gut aus auf dem schreibtisch leider gab es die farbe silber von diesem gerät noch nicht deswegen gibt es hier so ein bisschen was gräulich ist aber wenn es silber gibt dann verlinke ich euch das natürlich sehr gerne in meiner beschreibung hier direkt unter dem video momentan gibt es das eben nur in grau wir schauen mal ob es noch irgendwann für weitere farben erhältlich ist ich finde es auf alle fälle total clever und intelligent also da habe ich echt viel viel spaß und eine ganze menge weniger arbeit da muss ich hinten nicht so komischen dongle anschließen oder andere geschichten ich finde das immer ein bisschen doof das liegt dann auf dem schreibtisch irgendwie komisch rum so des weiteren ist natürlich hier noch eine freundliche festplatte dazugekommen in meinem setup und zwar ist es von der firma lassi also nicht lassi wie der hund sondern lassi ja und das ist eine thunderbolt usb c festplatte und die hat fünf terabyte und wenn man sich überlegt ssd mit fünf terabyte da wird man arm bei und da hatte ich eigentlich ein ganz gutes preis und leistungsverhältnis hier entdeckt bei dieser festplatte und fand das gar nicht mal so schlecht und habe so um die 295 euro hier bezahlt und habt ihr auch so eine woche ausprobiert und vom prinzip her ist die eigentlich ganz gut durchdacht die hat erstens gummirender und in diesen gummirendern kannst du natürlich das thunderbolt kabel mit verstecken ja das ziehst du entweder raus oder machst das dann komplett wieder rein hast natürlich an der hinteren seite auch noch ein usb c kabel anschluss womit du dann sozusagen dein make mini verbinden kannst und greifst dann auf fünf terabyte festplatten kapazität zu und für den videoschnitt natürlich die ideale lösung von der geschwindigkeit reicht sie auch aus manchmal wenn ich von der externen festplatte schneide bekommt manchmal so ein bisschen die uhr im mac mini aber das sind sekunden und dann ist alles wieder da also ich kann damit leben dass es jetzt nicht komplett ssd geschwindigkeit ist beim videoschnitt dafür habe ich preislich eigentlich ein ganz gutes schnäppchen gemacht und preis leistung ist echt super kann man sich ja auch mal sozusagen antun link in meiner beschreibung nicht lässt sie der hund sondern lässt sie die thunderbolt festplatte fünf terabyte videoschnitt ist natürlich ein interessantes thema bei diesem gerät ich war eine woche jetzt damit beschäftigt meine ganzen videos auf dem neuen mac mini zusammen mit der festplatte und natürlich auch der tastatur zu schneiden und was da so ein bisschen bei rausgekommen ist das schauen wir uns jetzt mal an damit ihr einen kleinen überblick über die renderzeiten bei final cut pro 10 bekommt habe ich hier mal als beispiel einen zehnminütigen 4k clip auf meinem macbook pro 16 zoll i7 mit 16 gigabyte arbeitsspeicher gerendert ich habe eine lat über die gesamte laufzeit des filmes durch gerendert und nach circa zwei minuten ging natürlich der lüfter an bei 4 minuten 19 hatte dann den arbeitsprozess beendet dagegen dann der gleiche film mit der gleichen lat auf dem apple mac mini m1 hier ändert er ebenfalls in final cut pro 10 und man sieht schon das läuft bei diesem gerät echt flüssiger ab als bei meinem macbook pro nach nur zwei minuten 50 sekunden hat er hier den renderprozess beendet ich war mehr als begeistert jetzt mal eine schwere aufgabe für den prozessor in final cut pro 10 da dauert das stabilisieren des clips immer schon etwas länger in diesem clip von zehn minuten war sehr viel bewegung und mein macbook pro brauchte hierfür sagenhafte zehn minuten und fast 39 sekunden der imac mit m1 chip wurde natürlich vor die gleiche aufgabe gestellt und hat diese in unter zwei minuten weniger erreicht nämlich genau acht minuten und circa 23 sekunden dann war er fertig und jetzt ging es an das ausspielen der fertigen datei zehn minuten video clip in 4k im codec h 264 dafür brauchte das macbook pro 16 zoll knapp vier minuten und 23 sekunden und jetzt mal die schnittsoftware luma fusion dagegen sie läuft bei mir auf dem ipad 12,9 zoll aus dem jahr 2019 luma fusion macht das berechnen der latz in echtzeit deswegen gab es hierfür kein beispiel aber beim ausspielen des 4k videos der kann es durchaus mithalten und kam auf die sagenhafte renderzeit von vier minuten und 31 sekunden und jetzt bekommt der mac mini m1 seine chance auch hier wieder die gleiche datei und ich dachte jetzt bekomme ich die nächste überraschung serviert und das bekam ich auch aber leider nicht so wie ich mir das vorgestellt habe fast sieben minuten und drei sekunden hat er für das ausrändern des films gebraucht und ich habe es wirklich öfter probiert und kam nie auf ein anderes ergebnis die datei lag auf der festplatte des mac mini und alles war normal eingestellt das ist für mich wirklich eine überraschung gewesen und ich weiß nicht warum der fast drei minuten länger braucht eine woche videoschnitt am mac mini das ist mein fazit er arbeitet schnell er arbeitet professionell er zieht durch er macht alles was du möchtest er hat teilweise bei mir bei den 4k filmen die waren so zehn minuten zwölf minuten teilweise wenn ich sie sozusagen in mein storyboard gezogen habe da hat er manchmal ein bisschen geruckelt aber kann natürlich daran liegen dass ich mit einer externen festplatte geschnitten habe und das material ebenfalls auf einer externen festplatte hatte das weiß ich jetzt nicht so genau warum der aber so lange braucht beim ausspielen nämlich länger als beim macbook pro 16 zoll das weiß ich bis heute noch nicht wer da mehr ahnung hat der kann es mir gerne mal in die kommentare schreiben würde mich echt interessieren wieso der länger braucht als mein macbook pro dann wer videoschnitt machen möchte und wer ganz viel schneidet an dem neuen mac mini für den würde ich empfehlen konfiguration 16 gigabyte arbeitsspeicher 1 terabyte festplatte dann ist man auf der richtigen seite das ist dann ungefähr ein preis wenn man alles zusammenrechnet zum heutigen datum von circa 1500 knapp 1500 euro da hat man dann auf jahrelang ruhe 256 gigabyte festplatte ist ein bisschen wenig du hast 200 gigabyte maximal für den videoschnitt wenn du jetzt noch alles runter schmeißt was da sozusagen an programm sind die du nicht brauchst von apple und 200 gigabyte die sind wirklich sehr schnell voll dann ist natürlich noch bei mir aufgefallen dass ein negativer aspekt beim mac mini ist der sound der lautsprecher aber das wissen wir schon da sind natürlich nicht nagelneue lautsprecher jetzt verbaut die kommen noch vom alten mac mini und wie die klingen das hören wir uns jetzt mal an ist nicht so berauschend und macht nichts du hast dafür natürlich den 3,5 millimeter klinke anschluss hinten direkt am rechner dran und kannst dir natürlich dann auch kopfhörer reinstecken oder externe lautsprecher so schlimm ist das nicht bisschen zubehör brauchst du wie eine externe tastatur ein monitor ein trackpad oder eine maus dann ist man komplett dabei rosetta 2 arbeitet auch relativ zuverlässig ich habe jetzt affiniti foto das ist schon komplett auf den m1 abgestimmt da brauche ich rosetta 2 nicht mehr wer übrigens auf den namen rosetta 2 gekommen ist rosetta ja wie gesagt kann man sich darüber streiten ist ein komischer name ist aber halt so und natürlich gibt es beim mac mini auch beim starten noch manchmal ein paar bucks im menü ihr seht das hier kleine wunderbare bunte punkte die sind aber relativ schnell verschwunden und bei apple kommt ja jetzt wirklich fast schon täglich neues update für die software und ich denke mal das ist so in ein zwei monaten ist das alles so wirklich komplett rund gemacht dann funktioniert auch eure alte software eure alten apps direkt auf dem neuen betriebssystem und dann läuft das wer jetzt so ein bisschen beta tester sein möchte der holt sich das teil natürlich sofort mac mini preis leistungsverhältnis total sauber bei 800 euro in der startversion 1500 euro eine high end videoschnitt version das muss man sich mal in pc form überlegen da ist man wahrscheinlich genauso dabei und vielleicht ein bisschen langsamer je nachdem es gibt die apple liebhaber es gibt die pc liebhaber ich gehöre zu den apple liebhabern weil es mir einfach gemacht wird ja und vom prinzip her kann ich eigentlich nicht viel sagen außer die sachen die ich jetzt gesagt habe flüssig zuverlässig läuft 4k schnitt funktioniert super auf dem neuen mac mini m1 ich bin echt total zufrieden mit dem teil aber wie gesagt ein bisschen mehr festplatte ein bisschen mehr arbeitsspeicher dann ist man auf der richtigen seite ansonsten war es das gewesen hier mit dem video ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen lasst mir gerne ein abo like oder einen freundlichen kommentar da mich würde interessieren was würdet ihr sozusagen für eine konfiguration für euch benötigen reichen euch 8 gigabyte beim videoschnitt reichen euch 512 gigabyte festplatten kapazität schreibt einfach mal in die kommentare würde mich interessieren vielen vielen dank fürs zuschauen und sehr gern bis zum nächsten video bis zum nächsten video